Herzlich Willkommen! In dieser Einheit geht es um das Lösen von linearen Gleichungssystemen und den sogenannten Gauss-Algorithmus. Lineares Gleichungssystem, das sind halt mehrere Gleichungen, eigentlich aber immer nach genau dieser Form hier. Variable, können beliebig viele sein, aber jedes x, jede unbekannte Variable, kommt lediglich mit hoch 1 vor und es steht immer nur eine Zahl davor. Das heißt, es kann auch nicht der Fall auftreten, dass ich zum Beispiel x1 mal x2 habe. Dann wäre es auch nicht mehr linear. Ich habe immer eine linke Seite, wo nur Ausdrücke stehen, die irgendeine dieser Variablen x, i, also von x1 bis x, n enthalten. Und ich habe eine rechte Seite, wo Zahlen stehen, die also keine Variablen enthalten. Wenn ich diese Gleichungssysteme lösen möchte, habe ich mehrere Möglichkeiten. Und zwei davon möchte ich hier mal kurz ansprechen, wobei eigentlich die gebräuchlichste, der hier eben auch im Titel schon zu finden, der Gauss-Algorithmus ist. Bevor ich die aber sinnvoll anwenden kann, jetzt ist natürlich so eine Schreibweise relativ umständlich, wenn ich das jedes Mal immer wieder mit allen Indizes aufschreiben möchte. Dementsprechend vereinfachen wir uns unser Leben ein klein wenig und sagen, wir können das auch mit Hilfe von Matrizen und Vektoren schreiben. Man sieht das nämlich einfach aus als a mal x gleich b, wobei die Matrix A einfach die ganzen Koeffizienten a11, a12 bis a1n in der ersten Zeile und dann so weiter für alle anderen Zeilen enthält. Also die Koeffizienten einer dieser linearen Gleichungen entsprechen einer der Zeilen der Matrix A. Der Vektor x enthält die Variablen, die wir suchen, von x1 bis xn und der Vektor b enthält die Werte auf der rechten Seite. Das heißt, die Matrix A in diesem Fall hat m Zeilen und n Spalten. Der Vektor x hat insgesamt n Einträge und der Vektor b m Einträge. Das heißt, man kann das so schreiben wie hier. Das spart natürlich enorm viel Aufwand, gerade wenn ich das jetzt mit Zahlen mache, weil ich nicht die ganzen Plusse und so weiter alles aufschreiben muss. Und vor allen Dingen muss auch diese x1 bis n nur einmal aufschreiben. Beziehungsweise alle Rechenarten und Weisen wende ich so und so nur auf die Matrix A und den Vektor b an. Das heißt, eigentlich kann ich sogar auf das x1 bis xn verzichten. Das werden wir sogar auch im weiteren Verlauf, wenn wir den Gauss-Algorithmus besprechen, machen. Das heißt, wenn ich mal hier so ein kleines Beispiel hernehme, ich habe zwei lineare Gleichungen, 2x1 plus 2x2 gleich 2 und x1 minus x2 gleich 1. Dann sehe ich ja, dass meine Koeffizienten in der ersten Gleichung 2 und 2 sind. In der zweiten Gleichung stehen vor dem x1 und x2 aber auch Zahlen. Die blende ich nur aus. Vor dem x1 steht eine 1 und vor dem x2 steht eine minus 1. Das ist das erste Wichtige, was ich mir merken muss, wenn ich halt so ein Gleichungssystem in Matrixform aufschreiben möchte. Das andere ist, wenn jetzt hier gar kein x2 zu sehen gewesen wäre, dann ist das gleichbedeutend damit, dass davor eine 0 steht. Mit der Info, wir haben noch die rechte Seite, da haben wir den Vektor b, der ist 2 und 1. Das heißt, ich kann dieses Gleichungssystem auch in dieser Form als Matrixvektornotation auffassen. Da ist natürlich die Frage, okay, wunderbar, jetzt kann ich mein Gleichungssystem ein bisschen schöner, einfacher aufschreiben. Was hilft mir das Ganze? Ich kann nämlich einfach meine Matrix A jetzt invertieren und sie dann von rechts an dieses Gleichungssystem dran multiplizieren. Dann hebt sich die Matrix A auf der linken Seite weg. Ich habe auf der linken Seite also nur noch den Vektor an Variablen, den ich suche. Und an der rechten Seite, da habe ich a hoch minus 1 mal b, das ist dann mein Lösungsvektor. Das heißt, wenn ich hier jetzt meine Inverse Matrix nehme, die von rechts dran multipliziere, ergibt sich letzten Endes mit a hoch minus 1 mal b der Lösungsvektor x. Das sieht hier in dem Beispiel so aus. Das heißt, hier kriege ich als Ergebnis 1, 0 als Lösungsvektor. Und die 1, 0 bedeutet, der erste Eintrag ist der Wert für x1 und der zweite Eintrag für x2. Also x1 ist 1, x2 ist 0. Wenn ihr jetzt nicht glaubt oder nicht sicher ist, ob das auch wirklich die Lösung ist, dann kann ich die natürlich auch problemlos oben in mein Gleichungssystem wieder einsetzen. So eine kleine Probe durchführen. Dann muss dieses Gleichungssystem natürlich erfüllt sein. Es muss auf der linken Seite das gleiche rauskommen wie auf der rechten Seite. Wenn das nicht der Fall ist, wird man sich irgendwo hier zwischen verrechnet haben. Jetzt hat natürlich dieser Ansatz, der eigentlich immer funktioniert, solange das Gleichungssystem invertierbar ist oder die Matrix dazu invertierbar ist, noch einen anderen großen Nachteil. Die Berechnung von so einer inversen Matrix ist relativ zeitaufwendig. Das heißt, es wäre schöner, man das vielleicht ein bisschen einfacher machen kann. Ein bisschen einfacher und so, dass man gleichzeitig auch noch entscheiden kann, naja, habe ich wie hier auch wirklich nur genau eine Lösung zu meinem Gleichungssystem? Habe ich vielleicht die Situation, dass mein Gleichungssystem gar keine Lösung hat? Oder dass es mehr als eine Lösung hat? Hier kann ich jetzt schon mal vorweg gehen und sagen, naja, wenn es mehr als eine Lösung hat, wird es automatisch immer unendlich viele Lösungen haben. Das heißt, eigentlich habe ich drei Möglichkeiten. Eine Lösung, keine Lösung oder unendlich viele Lösungen. Und das sagt mir eben dieser Ansatz mit der inversen Matrix nicht. Ich weiß bei der inversen Matrix nur, wenn ich die berechnen kann, kriege ich immer genau eine Lösung raus. Und wenn ich sie nicht berechnen kann, dann habe ich entweder keine oder unendlich viele. Das sagt mir aber nicht sehr viel aus. Darum brauchen wir eine Alternative. Diese Alternative, die findet sich in dem sogenannten Gauss-Verfahren. Hier nehme ich mein Gleichungssystem her. Und dann forme ich das Ganze ein bisschen um. Zunächst, wie eben schon angedeutet, lasse ich den Vektor x weg, weil den brauche ich nicht. Das heißt, ich schreibe hier wirklich nur links meine Matrix A, rechts meinen Vektor B hin. Und wenn ich diese gekürzte Fassung des linearen Gleichungssystems habe, wende ich die drei Schritte an, die man auch schon bei den inversen Matrizen gesehen hat. Die kommen jetzt gleich auch nochmal. Das war einmal, zwei Zeilen dürfen vertauscht werden. Eine Zeile darf mit einer Zahl multipliziert werden oder durch eine Zahl geteilt werden. Und zwei Zeilen dürfen zueinander addiert oder voneinander subtrahiert werden. Das mache ich so lange, dass ich im ersten Schritt erstmal auf der linken Seite eine obere Dreiecksmatrix habe, im zweiten Schritt eine Diagonalmatrix und am Ende meine Einheitsmatrix. Wenn ich die Einheitsmatrix hier nämlich stehen habe, kann ich direkt auf der rechten Seite die Lösungen von meinem Gleichungssystem ablesen. Das heißt, hier die Werte ci auf der rechten Seite, wenn es entsprechend so umgeformt wurde, geben die Lösungen meines linearen Gleichungssystems an. Ja, und das ist eigentlich dann auch schon all das, was man so zur Theorie vom Gauss-Verfahren sagen kann. Wir können jetzt nochmal kurz darauf eingehen, was ich ja eben auch schon angedeutet habe, wie viele Lösungen wird mein Gleichungssystem aufweisen? Da habe ich entweder die Möglichkeit, dass ich genau eine Lösung habe. Und der Fall tritt ein, wenn ich tatsächlich diese Einheitsmatrix komplett herstellen kann. Es kann durchaus sein, dass ich mehr Zeilen habe, als ich benötige, weil die Matrix A bei meinem linearen Gleichungssystem, die muss nicht notwendigerweise quadratisch sein. Das heißt, ich kann durchaus oben im oberen Teil eine perfekte Einheitsmatrix stehen haben und danach noch Zeilen, die nur 0 enthalten. Dann kann ich genau eine Lösung haben. Aber auch nur, wenn in den Zeilen, die unten 0 enthalten, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite Nullen stehen. Das heißt, es entsteht links eine vollständige Einheitsmatrix und ich habe keine Widersprüche. Das heißt hier, links und rechts nur 0. Zum Beispiel sowas hier. Ich habe oben eine perfekte Einheitsmatrix. Ich habe rechts meine Lösungen und ich habe unten noch eine Zeile, die enthält nur 0, sowohl links als auch rechts. Das ist wie gesagt die Möglichkeit, dass ich genau eine Lösung habe. Wenn ich keine Lösung habe, dann sehe ich das da dran, dass ich irgendwo eine Zeile habe, wo links nur Nullen stehen, rechts aber eine Zahl steht, die von 0 verschieden ist. Das heißt, Zeile mit links nur 0, rechts einem Wert ungleich 0, zum Beispiel sowas hier. Weil dann wäre ja hier die dritte Gleichung so zu lesen, dass hier steht 0 gleich 3. Da das nicht gilt, weil 0 nicht gleich 3 ist, habe ich offensichtlich einen Widerspruch. Das heißt, das gesamte Gleichungssystem kann nicht gelöst werden. Bleibt also noch eine Möglichkeit übrig, dass ich nämlich unendlich viele Lösungen habe. Bei unendlich vielen Lösungen sieht es so aus, dass ich einfach links keine perfekte Einheitsmatrix aufweisen kann. Das heißt, ich habe neben Teilen der Einheitsmatrix oder Sachen, die einfach sich nicht weiter reduzieren lassen, noch eine Menge Zeilen, die nur Nullen aufweisen, die insbesondere aber links und rechts Nullen aufweisen. Also zum Beispiel sowas wie hier. Ich habe keinen Widerspruch in der zweiten und dritten Zeile. Die erste Zeile kann ich aber nicht weiter reduzieren. Das heißt, hier hätte ich jetzt unendlich viele Lösungen. Diese Lösung kann ich dann immer nur so als Menge beschreiben. Zum Beispiel als Linie, als Gerade, als Fläche oder etwas Ähnliches. Das mache ich, indem ich mir dann zum Beispiel hier diese eine Gleichung, die noch übrig bleibt, hernehme und sie nach einer Variablen umforme oder quasi alle Variablen in Abhängigkeit von ein paar wenigen Variablen schreibe und dann sage, angenommen, diese Variablen sind fix, sind irgendwelche Zahlen, dann kann ich ja sagen, x1 kann ich schreiben als minus x2 plus 5. x2 selber kann ich aber schreiben als x2. Das heißt, ich kriege hier eigentlich zwei Lösungen. Die zweite ist jetzt recht trivial. Kann das aber nutzen, um dann hier das Ganze auch noch mal in Matrix-Vektor-Schreibweise aufzuschreiben. Dann habe ich links x1, x2 gleich hier einen Parameter x2 mal den Vektor minus 1,1 plus den Vektor 5,0. Die 0, weil ja unten steht x2 plus 0. Das gilt für beliebige reelle Zahlen x2. Das heißt, das, was ich hier jetzt habe, ist eine Lösungsgrade. Das ist zwar in der Schreibweise, wie sie hier in dieser Veranstaltung nicht aufgegriffen wird, weil das eher aus der analytischen Geometrie stammt, aber das ist eine Möglichkeit, wie man eine Gerade beschreiben kann. Dann ist dieser Vektor minus 1,1 die Richtung, die diese Gerade zeigt, und der Wert oder der Vektor 5,0 der Aufpunkt, also da, wo man theoretisch sagt, würde die Gerade beginnen. Also das, was bei der Geradengleichung, wie wir sie kennen, in etwa vergleichbar ist mit dem Achsenabschnitt. Nicht wirklich genau, weil ich ja jetzt hier keinen Achsenabschnitt habe, aber es ist der Punkt, wo man meistens anfängt zu zeichnen. Ja, und damit haben wir dann auch durchdiskutiert, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Bleibt also noch mal kurz am Ende, so eine kleine Übersicht anzumerken, welche Schritte kann ich verwenden, um diese obere Dreiecksmatrix, um die Diagonalmatrix, um letzten Endes die Einheitsmatrix links zu erzeugen. Zwar einmal das Vertauschen von Zeilen, die Multiplikation oder Division einer Zeile mit einer reellen Zahl, die von 0 verschieden sein muss, und die Addition oder Subtraktion einer Zeile von zu einer anderen Zeile. Das kann ich natürlich 2 und 3 auch kombinieren. Dann hätte ich hier als Kommentar, dass ich auch von einer Zeile ein Vielfaches einer anderen Zeile abziehen kann bzw. das Vielfache einer anderen Zeile dazu addieren kann. Damit haben wir dann das gesamte Gauss-Verfahren auch praktisch beschrieben mit allen Vorgehensregeln, das ist jetzt das hier, als auch allen Möglichkeiten, die sich am Ende als Lösungen ergeben können. Dementsprechend sind wir am Ende dieser Einheit angekommen und ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.